Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft-Leben mit dem Osterion, wo auch immer der kleine Schlinge sich gerade auf mich verpaltet. Halleschön. Dann sitzt der Fischchen da wieder oben in dem Bäumchen. Das heißt schon, ja. In der Zwischenzeit habe ich Geld gefarmt. Ja. Jetzt hole ich mir einen Schulabschluss. Schulee. Jetzt kommt es in Ode 4. Hauptschulabschluss? 3, 2, 1, 3. Don't know. Aber, stop. Egal. Ich lass mich davon nicht, ja, was auch immer. Realschule 3, warte, Hauptschule ist da dabei, ja. Abitur, nee. Also in der Zwischenzeit habe ich dieses wunderschön Lagerhaus fertig gebaut und eingeräumt. Abitur, Abitur, Abitur. Hauptschule. Steuern, 15%. Steuern, 15%. Stundenlohn. Ja, moin. Das ist ja null so ungefähr. Auftragskiller. Realschule 1. Auer. Auer. Natur. Zauberer. Hauptschule, Wirt. Ich bin aber nur 1000 für. Polizist. Jobkündiger. Kellner. 850. Das ist ja richtig scheiße. Zauberer. Äh. Zauberer. Röchter. Realschule 2. Also, ähm. Ähm. Bei uns, sag ich jetzt mal, ähm. Also, war auch passiert. Sag ich jetzt mal, weil Fabi irgendwie das so nicht sagt. Ähm. Ich stand ja hier, bin jetzt zu lang gelaufen. Und dann hat mich jemand ein Tier getötet. Sieht man. Oh. Sieht man nur den. Fleck. Und deswegen haben wir. Dierus zu bekommen. Und ein Schwert bekommen. Und. Eigentlich haben wir nur 64 Diamanten bekommen, aber. Ne. 64 Blöcke. Nein, wir haben keine neuen Stacks. Ja, aber wir haben 64 Blöcke bekommen. So. Diamantenblöcke. Ja, wir haben 64 Diamantenblöcke bekommen. Äh, ja. Krass, da ist mal kurz um. Obwohl, ne, komm, lass uns so. Da ist aufgeräumt. Wollte ich grad sagen, also. Metzger oder mein? Ne, ich kann nur meiner machen, wenn dann noch. Weiß ich nicht. Du musst halt auf deiner Not. Auf deiner Not gucken. Ja, ich weiß, das heißt ja. Ich kann ganz viel gar nicht machen. Ich kann jetzt noch einmal wiederholen die Schule. Ich komm, was ich mach? Was mach ich denn überhaupt? Spielen. Ja, ich weiß nicht, du hast ja theoretisch was, ne? Ja, ich will... Kannst du nicht. Einer, zwei, eins. Ja, okay, zwei... Falls die Stunde ist halt eigentlich scheiße. Egal, komm. Dann mach ich meiner. Alles klar, Richter ist an mir. Äh... Wenn nun den Job erneut, äh, Menü aus. Und dann hast du jetzt im Chat immer slash Lohn angibst. Hier die Stunde bekommst du halt einen Lohn. Ja. Äh, Lohn... Kann ich erst in... ... 40 Minuten wieder anfordern. 370.000 hab ich jetzt noch. Okay. Moment mal, slash auf... Und da könnte sich einer, zum Beispiel, jetzt ein Realschuhldings holen. Oder wie viel hast du? 370. Was hast du? Ich hab 2... ...230. Ja, das reicht doch. Ja. Okay, slash... ...Roney... ...AS... ...3... ...DV-Unterstrichtet... ...T... ...300. Hallo? ...Dummpad... ...300. Was glaub ich, wie die Sound sind, ist viel zu laut. Jo, geil, bin reich, jo, ciao. Ah! Wird zu beef, hä? Wird zu beef? Nenenenenen, gott. Mauer meiner. Genau, die ich hätte nicht... ...will mit meinen Realschubschusses an, glaube ich, hier... Von 4? Na, 3. Jo. So, äh, 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 job. Naja, ideal ist dein Ding hier ja nicht, ne? Ihr bleibt ja ein bisschen was liegen. Ja, das war, weil ich... Hä? Eigentlich nicht. dann müsstest du länger wasser machen jetzt lasst mich dann mal gucken mafia schweißen zwei drei schmied stunden und 227 aber der preis für die ausbildung kostet 15.000 schreiben schon schwer ich habe 30 ja ich würde dann es wird trotzdem schweißen auch leck mich doch jetzt haben wir gleich alles wieder neu angepflanzt pflanze 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 in der würde stehen wer hat arbeitern verdient geld und hat 10.000 verliebt der aufgabe ist das erde zu sammeln 8 das ist nicht alles nervig ist macht die ganze jäger und zwar alles alle immer schon liebsten Fortschritt 250, ach du Scheiße. Nein. Ach, ich muss jetzt auch noch vom Spawn weglaufen. Ja, ich mache einfach mal direkt sich random teleportieren. Ja, das endet bei mir immer richtig geil. Ja, ich bin im Wasser gelandet. Ja, das endet bei mir auch immer im Wasser. Level 1 von 5. Level 3 von 5. Oh, ich habe schon 1,60 pro Stamm. Na gut, 250 hört sich zwar viel an, ne? Ist es auch. Ich weiß nicht, wie du... Ja, mit der Axt schon. Ich habe es ja schon mal zu dir gesagt, Holzfälen ist kostet das Einfachste, weil es geht auch trotzdem vielleicht das ist das Nervigste. Ist es auch. Mann. Gut, ich habe jetzt schon 1.000 Euro verdient, ne? Ich habe 600, weil ich 2 Tiere getötet habe. Was? Nein, Mann. Ich glaube, ich werde gleich Tierjäger. Nein, es heißt nur Jäger, es ist Tierjäger. Ja, ist wieder egal. Nein, es ist auch ein Unterschied. Ob du wirklich 600 für 2 Tiere kriegst. Ja, aber das Ende gibt es, ist gleich. Dafür muss ich nur 50... ...Tier töten. Und du hast 250. Aber kommen wir jetzt genauso gleich Geld raus. Ja, ich habe jetzt... ...49. Dann kriegst du jedes Mal 15.000, dann kannst du ja gleich deinen Job nehmen, ne? Ja. Das ist ja noch ein bisschen hängiger. Chicken. Tschüss. Ich krieg keinen Extra-Lohn dafür, wenn ich einen Schwein töte. Ja. Dann müsstest du dich ja selber töten. Ich habe meinen Schweineskin nicht an, ja? Lass mich ihn um... Oh, nein. Hallo, ich habe auch keinen... Äh, 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 Mädchen-Skin, ja. Ja, ja. Oh, ich kenne mich an was. Fabi und, ja. Meins meinen, ja, ja, ich weiß, ich nur meins. So, tschüss. Ich wollte ihn eigentlich ohne nehmen. Äh, okay. So, ah, Alku. Und, tschüss, Kuh. Die Hälfte habe ich schon mal. Ähm, äh, nicht, nicht. Ja, gut, über die Hälfte. Ich habe 6k jetzt schon in der Tasche. Ich habe 27. Aber du bist ja eigentlich einfacher, ne? Nein, naja. Du bist das, was hier erfinden. Das ist eine andere Sache. Ja, gut, aber wenn du mal heute hast, dann hast du einfach was. Ich verdiene halt 60 pro Holzstück, ne? Alter, Junge, wirst du läden, desto langsam man kauft, wie je kauft. So, Pilz, ne, kann ich nicht töten, nachts. Oh. Jetzt kann ich nicht. Hallo, Skipper, dich kann ich auch töten. Aua. Habt umgemacht. Mhm. Ich kann. Nein. Eisen. Tja. Du bist ja richtig hirnverbrannt. So, du? Sorry, da muss es sein. Ja. Holzfäller. Ach, Leute, jedes Mal, als ich dieses Ziel erfüllt habe, steigt ein Level auf. Nein, ich hätte es wollen. Bist du ja mit Eigenschwert gestartet, oder? Nein. Holz, oder? Ja. Welches Level bist du jetzt? Drei. Drei. Also, ich habe bei Level 3 theoretisch Gold. Nein. Nein, ich bin über Level 3 und da hat man kein Gold. Ähm. Wird hier bei Level 2 auch nichts Neues bekommen. Vielleicht, ich weiß nicht, kann ich wieder gucken. Ich weiß nicht, was ich bei 3 habe. Aber ich glaube, es ist kein Gold. Hallo, Creepy. Hallo, Skalati. Ciao. Tschüss, Skalati. Mann. Wenn ich jetzt auch mal dann teleportiert, wo mal Tiere sind, äh. Ist so richtig nervig. Bei mir sind 7, 8, 9, 10. Ey, warte mal. Kann ich eigentlich? TPA Nord-Ost-TV. Wo ist meine Tiere? Hä? Äh. Achso. Ja, warte. Ja, warte. Slash. D-P-A-C-C-E-P-T. Schon schwer, ey. Wo ist meine Tiere? Äh, hinter mir, da. Wo da? Ja, in die Richtung. Da ist ein Schweine-Priester. Ja, da sind mehrere. Ah, da war mir, ist mein Creeper exportiert. Nee, das war von Anfang an. Mh, natürlich. Nein, das ist wirklich so. Natürlich. Hallo, Creepy. Hinter mir war noch ein Creeper. Ups. Hallo, Zombie. Es waren ja nur drei Tiere. Das sind K. Nämlich gerne an mich. Und? Mh, 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 mh. Da ist er scharf. Juhu. Ich hab keinen Stecker. Slash Money. Wow. Wow. Slash Money Pay. Mh, Creeper. Just Creeper. Schafel. Oh, das ist das. Schafel. Oh, das ist das. Slash TP. Mh, mh, mh. Nah, Ost, Rhein. Brauchst du dir an der Zunge? Ja, ich will an der Sprüche. Ach so, weil ich hier noch nicht bei Arbeiten bin. Mh, 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 mh. Ah, ist eigentlich verdummt, dass wir jetzt bei der Zunge arbeiten. Nimm uns das gegenseitige Tiere weg. Mh, mh. Hey. Zieh, muss man auch lernen. Ah, er hat gerade noch Euro verliehen. Äh. Äh. La, 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 la. Ich habe zweimal 300 Euro verliehen. Respekt. Manchmal geht es übelst schnell. Manchmal dauert es sogar so übelst lange, wie ich gerade. So, ah, hier sind Tiere. Fällig sehr gut. Ja, wir sind das vierte Tier. Mh, mh. Ja, hier sind ein paar Tiere. Juhu. So ein Bogen viel besser als die mit einem Stern. Zombie, zählst du auch als Tier? Ach, Läumer hat ja nur 16 Pfeile. Hups. Hätte ich vielleicht ein bisschen denken sollen. Ja, du denken. Ja, jetzt habe ich gar keinen Pfeil mehr. Okay. Ich habe fünf Viecher. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ich habe vierzig. Das ist vierzig Tier. Ja, aber du bist lange heute. Mh. Aber ich würde sagen, das war für diese Folge. Wenn es nicht fallen, dann lass dich nicht. Aua, ah, 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 ah. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao. Gott.